Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von PixelGun3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video habe ich ja euch eine kleine Challenge gestellt und zwar habe ich gesagt, wenn wir 500 Daumen nach oben auf dieses Video bekommen, dann hole ich mir diese Eventruhe um 500 Schlüssel. Und Leute, wir haben es geschafft. Ihr seid einfach so wahnsinnig. Ihr habt glaube ich die 500 Daumen nach oben innerhalb von 6-8 Stunden geschafft. Und natürlich halte ich mein Versprechen und deswegen holen wir uns in diesem Video diese Eventruhe. Und da sind richtig, richtig, richtig geile Preise drinnen. Aber dann habe ich mir gedacht, so Leute, hey, wir haben ja eigentlich diese Superkiste auch schon bald voll. Dazu müssten wir uns nur noch eine Eventruhe holen und ein paar von diesen hier. Und da stelle ich euch gleich noch eine Challenge, Leute. Und zwar, wenn dieses Video 1000 Daumen nach oben bekommt, denn 500 waren anscheinend viel, 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 viel zu einfach von euch. Und dann auch noch 300 Kommentare, dann werden wir uns nochmal sowas gönnen, damit wir diese öffnen können. Also dann holen wir uns diese Superkiste, wo wirklich mega geile Sachen drinnen sind. Deswegen, Leute, hit the Like-Button. Wieso habe ich das jetzt auf Englisch gesagt? Egal, Leute, drückt einfach den Like-Button, so stört ihn richtig. Und auch die Kommentare möchte ich hier so richtig reinkommen sehen. Aber egal, Leute, wir werden die Truhe in diesem Video öffnen. Aber zuerst gehen wir jetzt gleich mal hier in einen Kampf hinein. Denn, ja, zuerst müssen wir uns schon einstimmen hier bei Pixel Gun, dass wir hier auch, ja, etwas Feeling von Pixel Gun bekommen. So, was spielen wir hier? Ameisenleben habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ist ja mehr oder weniger eine Sniper-Map. Und ich brauche auf alle Fälle mal wieder mehr Pokale, denn momentan gehen meine Pokale sowas von runter. So, das sind alles... So, ich schieße hier einfach mal mit einer Geiserle-Däne runter. Ich weiß nicht, wie weit die geht. Wow! Hey, wieso steht hier in der Luft? Wieso steht hier... Okay, dankeschön. Das heißt Drache jetzt. Das heißt hier... Was? Er geht nicht drauf! Was soll das? Dieser blöde Elektro-Blast. Und wieso spawne ich hier immer... Beim selben... Wieso spawne ich hier immer auf dem selben Platz? Oh, 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 das ist der da drüben. Ich muss hier schnell weg. Ich muss hier wirklich schnell weg, so. Ah, da ist einer! Da ist einer! Ist er da? Oh, verdammt! Boah, ich habe diese Map schon wirklich lange nicht mehr gespielt, Leute. So, deswegen müssen wir uns hier etwas bemühen. So, ich könnte ja eigentlich auch mal... Da hauen wir mal sowas runter. Vielleicht ist ja irgendwo ein Gegner. Auf gut Glück ist da vielleicht einer unten. Lösen nicht. So, Sniper ausgepackt. Okay, okay. Die sind alle weg. Unser Team ist vorne. Gut. So. Wow! Wo war da wer? Wo war da wer? Yes! Kopfschuss, Headshot. Ohne zu zielen, Leute. Ohne zu zielen. Und da hinten steht auch einer. Habe ich den? Nein, 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 nein. Verdammt. So, Headshot. Okay, dann habe ich... Irgendeinen habe ich dann doch noch gekillt. Auch nicht schlecht, Leute. Ah, da unten ist einer. Da unten. Du brauchst dich gar nicht verstecken von mir. Yes! Yes, yes, yes. Yes, Double Kill, Headshot. Finde ich cool, dass ich jetzt schon einen Double Kill habe. So, jetzt kann ich mir ein paar Duckhans holen anscheinend. Oder auch nicht. Ah, das ist meiner. Wieso schieße ich auf meinen eigenen? Yes! So, war das unser Kill? Anscheinend nicht. So, wir überleben eigentlich schon lange. Okay, das war doch mein Kill. Wieso kommt das so spät rein? Okay, mein Tierchen hat anscheinend auch was zerstört. Ei! So, weg mit dir. Multi-Kill, Leute. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Da darf ich nicht rein ins Feuer. Yes! Kill Assist. Was? Kill Assist? Ultra-Kill, Leute. Und jetzt bin ich nicht mehr zu stoppen. Yeah! Noch ein Kopfschuss. Monster-Kill. Ich glaube, ich kill momentan nur den gleichen, oder? Silent Death. Plus 260. Ich glaube, jetzt bin ich einer der besten Spiele in meinem Team. Am Anfang hat's zwar gedauert, aber so. Jetzt wurde ich hier gestoppt. Aber ich glaube, ich habe hier genug Punkte für das Team geholt. Ähm... Bam! Verdammt! So, den haben wir uns gegönnt. War das ich? War das nicht ich? Hm. Reinkommen tut nichts. Oh, 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 oh. Elektro-Kill. So, die Gegner sind... Was war das? Nein! Ich wollte da nicht drüber. Wieso bin ich jetzt da? Das wollte ich nicht. Und ich habe ja eigentlich auch das. Ich könnte auch fliegen. Ich habe auch den Demon hier. So. Hallo. Da drüben ist einer. Oh, come on. Den wollte ich mir holen. Da ist eine Mine wo! Da ist eine Mine wo! Oh, der hat mich mit dem Prototype wahrscheinlich aus nächster Nähe abgeschossen. Oh, das ist einer von mir. Na gut, wir haben trotzdem gewonnen, Leute. Wir haben hier genügend. Ja. Und jetzt werden wir uns diese Eventruhe holen, Leute. Wir werden sie uns öffnen. Sieg plus 30. Die habe ich auf alle Fälle gebraucht, denn... Ja, ich habe schon Angst, dass ich in die Liga absteige. Ich habe 8 Kills geholt. 815 Punkte. Ich will das nicht teilen. Wir bekommen sogar 3 Schlüssel. Und auch noch 3 Münzen. So, nice, Leute. Und jetzt werden wir uns mal diese Eventruhe richtig gönnen. So, gehen wir rein. Und wir öffnen das Ganze jetzt natürlich um 500. So, was bekommen wir? Was bekommen wir? Okay, wir bekommen schon wieder eine Waffe. Denkwürdig. Die Kirschbombe. Die Kirschbombe. Eine denkwürdig Waffe. Naja. Naja, 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 naja. Da wäre mir Juwelen oder so lieber gewesen. Aber wir können jetzt ja noch so eine Kiste öffnen. Die machen wir gleich mal auf. Um 50 schauen wir gleich mal, was drinnen ist. So. Nochmal das Einhorn wäre auf alle Fälle auch geil. Habe ich schon 20 Münzen. Na gut. 60 Schlüssel wären wir da fast noch lieber gewesen. Aber kann man nichts machen, Leute. Kann man nichts machen. Wir haben jetzt auf alle Fälle wieder einiges an Gold. 388. Da könnten wir jetzt schon uns einige coole Sachen kaufen. Aber wir öffnen jetzt auch gleich mal noch ein paar Glücksdrohnen. Und wenn wir schon dabei sind beim Kisten öffnen, dann ja, machen wir das gleich mal. Ja und wie gesagt, Leute, nicht vergessen. Daumen nach oben wäre auf alle Fälle cool. Und auch ein Kommentar. Bei 1000 Daumen nach oben und bei 300 Kommentaren werde ich so viel Schlüssel kaufen, damit wir diese super Kiste hier bekommen. Damit wir hier diese Kiste öffnen können. Also da muss ich noch eine öffnen. Ihr seht es schon bei der Fortschrittsanzeige. Gewinne 1000 Punkte, um die super Chests zu bekommen. Und die wollen wir uns natürlich holen. So, wir eröffnen hier einfach nochmal. Wir haben hier genug Juwelen. So, Free Spins. Ja, die gönnen wir uns natürlich. Die Gratis Spins sind auf alle Fälle immer nice to have. Aber irgendwie, naja. So, ich habe hier schon eigentlich coole Sachen rausbekommen. Und für das, was ich jetzt, ja, vorhin sehr, sehr viel, muss ich sagen, gezahlt habe für diese Kiste, war die Waffe, was ich bekommen habe, nicht so besonders. Für was ist das Chatbag eigentlich noch da? Das habe ich ja schon. Und wir bekommen momentan so viele Münzen. Wir haben bald 400 Münzen, Leute. So, wir bekommen wieder Juwelen. Bekommen wir 10? Das wäre cool. Nein, nur 3 Juwelen. Das heißt, ein Free Spin gratis. Come on. Was haben wir hier? Oh, der Drache sieht eigentlich nice aus. Schade. So, haben wir jetzt... Nein, um eine Münze geht es sich nicht aus. Ja, diese Münze holen wir uns gleich mal im Kampf. Und ihr seht schon, ich bin... Ich bin Level 18. Ich bin aufgestiegen, Leute. Da habe ich kein Video drüber gemacht, leider. Aber ich bin aufgestiegen. Es gibt wieder neue Sachen, neue Waffen und auch neue Gegenstände im Lobby Shop. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Lobby Shop. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Beim Basis-Verbesserungs-Ding. Egal, Leute. So, wir schauen gleich mal, was da reinkommt. Der Iron Killer ist schon da. Okay. Aber wir brauchen natürlich mehr. Wir brauchen mehr als nur einen Gegner, um hier zu... Ja, zu spielen. Es ist gestanden. Es sind hier momentan sehr, sehr viele. Also kann das, glaube ich, nicht so lange dauern. Man merkt schon wieder, dass es Vormittag ist, wo ich dieses Game aufnehme. Da sind nicht so viele online, aber egal. So, jetzt geht es los. Uah! Die Gegner haben halt schnellere Waffen. Und dieser eine bewegt sich gar nicht. Der bewegt sich gar nicht. Irgendwie kommt mir vor... Wow! Okay, das war wohl... Nein! Da springe ich genau rein. Bin ich der Erste, der er verloren hat? Ja, klar. Minus 30. Meine schönen, verdienten... Meine schön, verdienten Pokale gehen da drauf. Die ich gerade vorhin beim Ameisenleben gewonnen habe. Oh Mann! Okay, jetzt geht es mal schneller. Silberbullet ist da. Der Thomas B01 ist auch da. Nur wer kommt noch rein? Hallo, wir brauchen noch Spieler. Zwei Spieler noch. Wir will noch mal. Wer hat noch nicht? 399... Gott, da kann ich mir sicher einige geile Sachen kaufen. So, aber jetzt mal schauen wir hier gleich mal, was hier so abgeht. Silberbullet. Wow! Wir haben alle solche... Sind das diese Elektroplasten? Oh, ein Mann weniger. Und ich glaube, da ist gerade noch einer runtergefallen, Leute. Da ist noch einer runtergefallen. Ja. Das heißt, wir haben schon 3000 Punkte. So, wir schauen gleich mal hier rüber. Da müssen wir weg und da rüber. Wow, 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 wow. Nein! Ich schaufel mich hier, glaube ich, gerade selber mein Grab, wenn es so weitergeht. Schade, dass man die Gegner nicht damit killen kann, sondern nur die Blöcke. Ich meine, sonst hätte das auch keinen Sinn, aber es wäre trotzdem cool. Aber ich bin schon mal Dritter. Ich bin schon mal Dritter, Leute. Wow! Schnell weg von hier. Eigentlich könnte ich ja mal warten, bis sich die zwei selber hier bekriegen. Mich hier etwas raushalten. Ja, klar. Geht auf mich. Geht beide auf mich. Das habe ich schon so gerne. Ah, nein! Verdammt! Minus 30! Schon wieder! Nein, ich bin wirklich... Ich bin abgestiegen. Ich bin in die Ruppen-Liga wieder abgestiegen. Nein! Nein! Das kann nur mir passieren. Aber ich glaube, das werden wir in dem nächsten Video wieder gut machen, Leute. Das kann es nicht sein. Aber ich bin doch Zweiter! Ich bin doch Zweiter geworden! Oh, come on! Wir müssen jetzt wieder... Na gut. Ich glaube, das einzig Gute wäre, dass wir hier diese Kiste geöffnet haben. Also, Leute, ihr wisst ja... 500! Nein, 1000 habe ich gesagt. 1000 Daumen nach oben und... 300 Kommentare, dann werden wir uns in die Ruhe holen. Und ihr seht schon, man braucht schon Skill in diesem Spiel. Man kann nicht so schlecht sein wie ich hier. Deswegen, ja, Leute. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zusehen. Schade. Wir sind hier abgestiegen. Nein! Wie konnte das passieren? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht es auf alle Fälle gut. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns schon. Macht es gut. Haut auf alle Fälle rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!